Ja, natürlich, das Gefühl der Mannschaft ist super. Für uns ist es sehr schön, dass wir die Gelegenheit haben, eine Halbfinale zu erreichen. Und für Borgen, wir haben die Motivation, den Hunger, den Wunsch, gut zu spielen und eine gute Erkenntnis zu haben. Es ist geöffnet nach dem Unentschieden in Leverkusen in der letzten Woche. Wir denken nicht zu weit. Wir denken über die 19 Minuten. Wir wollen die Halbfinale erreichen nach 19 Minuten. Aber wir sind bereit, wenn es eine Verlängerung gibt. Und ja, Europa ist ein anderes Thema. Es ist eine andere Stimmung. Morgen werden wir eine gute Stimmung haben. Auch unsere Fans reisen nach Brüssel. Das würde schön sein, hier zu gewinnen und die Halbfinale zu genießen, diese Phase mit ihnen. Ja, es ist keine Champions League, aber ich glaube schon, dass es etwas Besonderes sein kann. Ich denke, ein Halbfinale ist immer etwas Besonderes. Vor allem jetzt in der Europa League wäre es schon eine Riesensache für mich persönlich, aber auch für den Verein. Weil ich habe irgendwo jetzt gehört, 2002 ist das letzte Mal international. Es wird mal wieder Zeit. Jetzt wird es gut. Jetzt geht es mal wieder. Ich stehe euch kurz an Shireen mit. Untertitelung des ZDF, 2020